Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Gegenteile einiger Adjektive an. Hier gibt es manchmal auch mehrere Lösungen. Links die Adjektive. Hässlich, langweilig, modern, veränderlich, nüchtern, gelangweilt und feucht. Hässlich, hübsch oder schön? Langweilig, interessant oder spannend? Modern, altmodisch. Veränderlich, beständig. Nüchtern, betrunken. Gelangweilt, interessiert oder gespannt? Feucht, trocken. Betrachten wir hier den Unterschied zwischen spannend, Partizip 1, und gespannt, Partizip 2. Beides stammt vom Verb spannen. Und noch einmal. Hässlich, hübsch oder schön? Langweilig, interessant oder spannend? Modern, altmodisch. Veränderlich, beständig. Nüchtern, betrunken. Gelangweilt, interessiert oder gespannt? Feucht, trocken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.